Hallo und Herzlich Willkommen Dominik hallo Next Folge von Skavlog ja Pam 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 Oh ein Fisch eingebraten Fisch Kuhu Soll ich doch was? Guck mal ich hab auch mal einen Resurspack tun Alter was wird mit mir los? Was war eins? ähm Bugs Bugs Geil Geil Oh Oh Jetzt hab ich Scheiße gemacht Oh da lagen noch zwei Leder rum Oh Oh Gut Oh jo Ja ich komm hier nicht raus Das kann ich ja nochmals zwei Bücher machen schon fast schon fast fast ein Bücherregal halt gut äh mal da unten rein in den Ofen dann nichts brennt also weiß nicht nichts gewachsen ja ich hab grad geschaut ja kein Bogen dabei aber keine Pfeile ich hab beides öh wieso steht da ein Schaf in dem bei den Kühen das hat nicht ganz geblickt wir müssen jetzt nachts äh 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 Treppe hinbauen es ist ja nacht ja okay dann schauen wir nach endermann äh ich hab meine sichter ist entscheidend oder ja anscheinend voll gering ach ja echt ich klebe auf 16 chunks zu hunks zu hunks okay hast du ein Endermann gesichtet nö die Zombies sind da stehen die kannst du umbringen hallo zombie mombi he 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 haha ha lachen wir den aus man du schieb ein Benehmen gibt da gar nicht ne wollte ich auch nie auslachen er hat euch mit mir gelacht gell ja klar über deinen Ton ja ja zombie mombi jetzt machte mir keinen Schaden mehr au Arschloch ha ha nein haha ich wurde einfach scheiße ich würde einfach von den Zombien in uns am Hause erschlagen also von unseren Kindern oder ja meinen Kindern dein Baby alte ich mag ihn nicht ja weiß ich sind voll aggro auf mich habe ich alles gegeben was ich wollte ja ich weiß ich bin zu denen ins gehege eingesprungen okay dann haben sie mich das war kein Enderman getötet dahin ist eine Hexe und ein Enderman wow hab ich ein Loch reingemacht ja das war ein Grieber wow 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 der mich einfach geschlagen schon nein der ist akkort nicht wow wow der wieso wir zu den Türen zu machen der Kontrolle kann rüber ja ne der soll ja ne der soll lag den einmal komm her ja ich bleibe hier unten ich gebe es auch der steht unterbrochen ja ja da ist auch okay komm ich habe das ist aber jetzt schon weg wenn du das machen und die Beine schlagen wirst wenn du sie nicht weg der Läufe wow da steht er nein keine Enderperle aber die Fackel hä aber die Fackel ja da hole ich jetzt mal die Hexe ja na das schaffe ich alleine guten Stein dass ich das wieder reparieren kann nein jetzt ist die Hexe weg wenn du mein da nö ich push nicht warte kann man mal ey das ist ein spinnreiter ne ich habe den runter gehauen aber da war ein spinnreiter okay ach schluch ich erst mal schätze ich wollte die Fleisch ha 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 ich habe es im Flug noch gegessen okay gut ja ich würde es ja nicht verschwenden ich will das halt nicht einfach so mit den Toten nehmen na klar ich glaube heute nach brauche ich wieder viele Schwerter ich brauche jetzt mal meine Treppe ah ne ist ja noch nacht eigentlich wenn du ein Element sagst schrei schrei okay wir haben ich spiel zu keine Türen wird auch ich die gilt der gleiche Sprache dann rei 4 Kriper war da die Jahre kaputt gemacht 1 2 Rau Rau oa mit dem Arschloch wer jahre schraubig ach scheiße habe ich das Birkenholz vergessen keine Endermen Nö, glaub ich nicht, oder? Oh, die Zombie-Armee töten hier. Zwei Stück. Ich will jetzt einfach gerne die Blattform reinlaufen, aber dann macht's boom und alles ist kaputt. Au. Ja, ich will eine Scheibe. Ja, killt euch selber. Wuh! Na, sie sind die Gripper weg. Und ich habe kein Leben mehr. Egal, rein mit... Die haben sich gegenseitig getötet. Ne, ich hab hier 8, 16.3. Ich glaube, ich habe alle drei auf einmal. Nein. Das sind sogar 4. Das ist nur noch eine. Aua! lassen wir lassen wir doch schnell was borden als ob ich jetzt wollen bevor es wieder hell wird und dann schlafen wir dass die verrecken wir dann das zeug einsammeln können egal können wir machen ich habe kein essen will okay geht es in einem bettchen durch die zum abstand die trennen was soll ich nicht hatte naja geht nicht mehr Prozent Prozent mehr bei der Reise der Schneider da hat doch ich habe schlafen hat und morgen die nacht war ich nicht lang als es war schon wieder hell b so scheiße die alle weg und um und und er hat am besten nur ist eigentlich bei mann fein kraft das kommt an sein wenn ich erst kreis rückstätig der lebensbücher f3 was das jetzt auch herr ich sehe das nicht 3 zu ja auch so vielleicht unten ach ich mir auch egal ich suche es jetzt nicht es ist nicht du bist jetzt bockig ja ganz lecker alter jahren das kannst du doch so jedes kreuzige das kreuz ist weitergewachsen aber kann sein es wächst nicht mehr wer wird auch ja die wohnheit immer mehr wolle da ist ein baum gewachsen ich fäll den mal so ich war gerade meine treppe für die dies interessiert geil guck ich mir gleich an hat meine alte ja abgerissen oh jetzt ist nochmal ein baum gewachsen voll in deine fresse fast voll in deine fresse ich stand daneben und dann ist er gewachsen ich habe genug gerade dabei ich benutze ich aber als treppe es geht nicht er geht mal weg also ist scheiße aber hier liegt ein slap für dich danke bitte ich muss noch um eins nach hinten versetzt Helge Morscht an der ganze Blöcke gehen der Morscht der ganze Blöcke hin bei einer Treppe Slap und dann mit dem ganzen Block ja das mache ich dann schon noch schöner hin hier ist man schon erwarten ganz gut hin äh verstand die Decke weiter nach unten gemacht bei einem wenn ich noch einmal gleich und das was ist es hier als zwei Tief und nicht nur noch einstieg um jetzt leckts bei mir jahre ich egal der Höhle kommen wieder oben und gehen auch noch nie nach oben hier war zum Beispiel Frenz zu meinen Waren für Händler ja auch nicht zu mir Nö nö ich sage ich sagte er war die Frenz Frenz Aarhus die Hauptstadt mit ihm Schlechelle das ich bin im Schuh zu uns Kind doch und so wichtig sind es nicht bei mir gebracht aber echt so hat er das euch echt mit beigebracht ey du musst mal lernen lernen den Führer fragt den Firma den Führer kann ja alles beweisen ich mache mal wieder ich mache einfach alles Holz Holz zu Bretter von mir aus jetzt haben wir drei Stecks jetzt haben wir ein Zeichen ein vier und halb steckt sogar und und ich leckte als wo er und mach ich dann auch mal den Weg weiter anselt in als er jetzt mal eine Menge Koppelsohn nö ich denke wir haben jetzt den Menschen was sagt die Uhr Prozent in Minuten 10 Minuten 15 15 Minuten ach schon dann werden viele ja gut 5 Minuten dann kann ich die Wegbreitung die ich habe ja nicht so viel Koppelsohn warum ja wir sind in der Welt schon ewig nicht mehr gefahren der Mann aber erst mal auf der ersten Zeitpunkt als der Ex-Nur für Werkzeug oder etwas zu kraften und zweitens haben wir uns einmal glaubt werden die Folgen einfach mal dauerhaft hingestellt die Farb geht okay gut alle die haben jedes Mal Zeit gehen wenn ich an den Zorni vorbei gehen die du gibst die Bein nein der Gemini nein okay Leben von einem Zombie regeneriert sich nicht gell also du gibst mal den Drang oder so er hat auch so ein Heilungsdrang ja ne das gilt für bei Zombies habe ich nicht doch glaube ich schon die Hexe hat nämlich letztes Mal den Zombie abgeworfen mit einem Trank und dann hat er auch das den Schaden gekriegt und äh halt über die Verzauberung du musst ja auch ein weiterer Gau geht es sollte es da nicht gehen ja von mir aus haben wir noch Leitern schon oder ja ich glaube aber ich kann nicht nur sprinden trotzdem ja ich schützt mich gerade über den Boden bin jedes Mal noch ein Zeitpunkt damit wir kommen dann nicht ja das ist so nicht echt geil ja ich würde sagen ich mache jetzt noch kurz die Platte hier fertig und dann werde ich die Folge okay okay tschüss hallo 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 diese Begrüßungen sind wichtig hallo ja mitten in der Aufnahme hallo 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 kurze der Fisch jetzt gibt eine Gedächtung und und vor zweifelte Sticks reinge hallo 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 ich habe welche Prozent hoffen geworden kohle du verschwenden ein mit Säzlingen was der FG hättest ja ich tue mal noch kurz 3 Settling davon habe ich genug oder davon habe ich viel zu viele gemacht mich wieder schätzt noch n nicht viel her schätzt noch über uns denkt dass er nicht braucht ja gerade gar nicht einig ja wenn ich oben auch irgendwas zu bringen was wir haben das haben wir haben nix aber auch sie wollen das fleisch das essig über meinem zimmer noch auf eine falsche direktes lagerweil ist eben auch da und dort die Tür zu gehen will ich will deine türen haben von hier warte von hier das ist dein zimmer oder nein das ist nicht mein zimmer da müssen wir echt noch so ein bisschen kleinen gang durch machen also da jetzt hinter den kissen raus oder so aber irgendwo zwischen der kiste platz oder so wir haben da einen gang durch machen weil das riecht mich echt voll auf jedes mal darunter laufen ja ich habe ne idee ach so stimmt ich wollte die aufnahme beten ich bin fertig ja erzähl mir noch von der idee und dann gib mir ein schlag ins gesicht mit deinem schwert ich stehe in die luft fest 1 dann gehen die folge noch oder wie du wirst du machen ja jetzt solltest du eigentlich beenden ok naja sie schauen mal noch kurz nach dem getreide wette tommy ist nicht mehr aggro auf mich oh schade war doch jetzt wieder oh schluch du gib mir schaden ja jetzt ich gehe noch in mein zimmer und dann würde ich sagen also schlafen wir ich glaube es wird grad dunkel und dann dies und das wenn ich die folge ja das gras ist ein zweiter gewachsen juhu ok gehen ein bett bei ich leck auch gleich joh jahn alter bescht mir so einer naja du du die 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 auch im Bett okay er hat was er jetzt von der Folge mehr als Schlaufer aus wo kann dort mal guck mal schreit die Fäcke zeichnet hast du auch Sex drin man steht es oder was meistens männlich zeichnet ja das ist das ist jetzt standort das ist auch im normalen nein nein warum das hat man doch so gemacht nein okay also ja es war von der folge schreibt einen kommentar wie es wandert wie viel folgen es noch geben soll ich weiß es nicht wie viel aber ich schätze mal so ungefähr gibt es auch noch zwei drei vier stecken 5 6 7 8 und ist den Gras muss man wachsen damit das mitmachen eine Leand im Schiff lief was nicht geliebt ist aber auch so ja ich habe es noch kurz zu nennen dann muss wenn du bereit bist zu liefen jetzt bin ich auch in der Alter okay ein Land war das Wort ja tschüss 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 t